ich hoffe dass wir an der stelle zusammen mit vielen firmen auch in zukunft noch weiter zusammenarbeiten können denn wir haben natürlich an der stelle eine spannende story ahead of us service woche sehr interessant weil es zeigt wirklich dass diese ganze global business services industrie wird sich ändern ich glaube das thema generated hat noch viel mehr einzug erhalten ich finde es aber auch cool dass wir darüber gesprochen haben wo es der grenznutzen zwischen technologischem fortschritt und rasanter geschwindigkeit well first of all the team is ja 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 Bis zum nächsten Mal.